fabio auf komm jetzt es geht los wir verleihen deiner baustelle das gewisse etwas alle informationen für dich als bauherr gibt es bei uns der höfliche und der baustein hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge heute wird es eine kürzere folge aber dafür mit einer miniserie weil wir werden heute ankündigen dass wir am 17 april auf der baumesse sein werden in münchen da wollen wir uns sehr darauf freuen die vom 17 bis zum 22 april geht wir werden aber nur am montag den 17 da sein und werden den ein oder anderen besuchen und uns hinstellen und sagen wer wir sind und ob es da vielleicht die möglichkeit gibt für eine kooperation ju was erwartest du eigentlich von der bau in münchen warst du schon mal in der baumesse ne tatsächlich nicht aber ich freue mich tatsächlich drauf was ich erwarte ich bin echt mal gespannt was da so alles ausgestellt wird welche unternehmen dort sind mit wem man so in kontakt kommen kann weil es ja für uns auch wir sind ja meistens tatsächlich nur irgendwie digital unterwegs auch mit den firmen mit denen wir sprechen ist ja tatsächlich meistens wirklich nur digital aber so mal wirklich face to face und so mit leuten zu reden freue ich mich schon drauf ich habe mich gerade gefragt was du noch gemacht hast als du kurz vor unserer aufnahme hier noch so hektisch in deinem laptop was gescrollt hast ich habe nur geguckt von wann bis wann aber ja ich war schon mal auf einer baumesse damals in berlin die aber eigentlich mehr oder weniger während corona war und dadurch ziemlich wenig los gewesen ja war auch damals ein bisschen enttäuschend tatsächlich aber jetzt bin ich mir sicher am montag werden die hallen voll sein in münchen und wir werden auf jeden fall die rosinen raus wir werden auf jeden fall noch mal eine folge machen wo wir euch dann erzählen was wir alles so auf der messe erlebt haben was es für innovationen gibt auch für euch als bauherrn was es da neues gibt also ich glaube also ich erwarte viel von der kai ja also da bin ich gespannt was es so also künstliche intelligenz da bin ich mal gespannt was es da so zu bieten gibt wird auch angeteasert dass es dort dass es das dort geben soll und geben wird auch viel und da bin ich eigentlich am meisten gespannt was es so für bauherren tatsächlich neues in der baubranche gibt ja weil tatsächlich sind ja gar nicht so die bauherren dort das ist eigentlich wirklich nur für mehr oder weniger fachpublikum glaube wirklich oder also sprechen so baustoffhändler handwerker planer klar architekten an aber ob das dann halt wirklich immer bis zu den sehr oft das problem das ist ja gar nicht dass ja die bauherren vielleicht gar nicht alles neues kennen oder gar nicht wissen was es denn für innovationen oder für möglichkeiten gibt für ihre baustelle richtig deshalb sind wir da so darum geht es und wir tragen das zu euch und vielleicht können wir auch mal kurz zusammenfassen was uns aufgefallen ist auf der homepage von der bau in münchen du hast notiert leg mal los ich habe es notiert aber das war tatsächlich ganz witzig als wir so mal die homepage gerade durchgegangen sind nicht nicht gerade schon vor wochen wir sind heiß drauf sind uns die leitthemen von der bau 2023 aufgefallen und dann haben wir so gesagt irgendwie haben wir die ganzen themen ja auch schon in unserem podcast behandelt oder durchgegangen weil zum beispiel ein leitthema von denen ist der klimawandel und ich bin immer drauf kommen aber du hast gleich wieder gewusst was haben wir da gemacht sponge city die schwammstadt die folge 80 nee quatsch die folge 93 die folge 80 kommt gleich die folge 93 schwammstadt über da haben wir über den klimawandel gesprochen kannst du noch mal zusammenfassen was ist in der schwammstadt um was es da geht ich kann es ich auch das einfach dass die stadt oder die ganzen flächen in der stadt einfach wie ein schwamm wirken das heißt dass die flächen nicht versiegelt sind dass die einfach das wasser was wenn es halt regnet wird immer mehr stark regen geben aufnehmen können halt langsam wieder ans grundwasser ab abgeben oder an die kanalisation oder halt direkt wieder verwertet wird das wasser ja kennt bestimmt die ganzen häuser die jetzt somit grünem mit grünen algen abgehängt wird das hat ja schon alles seinen sinn soll ja dann auch im sommer kühlend wirken und 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 wie geht es weiter passt gut zusammen klimawandel quatsch hat man gerade hat man gerade jetzt finden wir jetzt finden wir den faden passt gar nicht gut zusammen digitale transformation überhaupt nicht mit dem hat da gesprochen mit peri über den 3d druck am haus auch richtig interessant ja so ein haus aus dem 3d drucker wie das entsteht und was es da noch für möglichkeiten und auch neue möglichkeiten gibt ja die von der gestaltung her viele runde formen was ja heute eigentlich im hausbau vor allem ist oder schwierig herzustellen also damals mit peri gesprochen haben wurde ja gerade erst das erste haus in deutschland fertiggestellt per 3d druck und mit digitalen plattformen haben wir auch gesprochen wie zum beispiel bex die baulogistik spedition man per app seine lieferungen bestellen kann check and work die plattform um handwerker können sich da gegenseitig unterstützen bei auftragsspitzen und das thema was super interessant ist was wir auch mitbekommen haben wohnen in der zukunft ja da haben wir mal mit der kim gesprochen über das tiny house folge ja war aber auch nicht also die folge war cool und ist auch echt interessant mal so ein tiny house mehr zu erfahren wie man daran lebt aber andere themen also wohnen in der zukunft natürlich auch alternative oder neue baustoffe neue alte baustoffe wie lehm zum beispiel jetzt werden über lehmbau gesprochen und eine ganze serie mit der firma holz siem über die stadt der zukunft da könnt ihr auch gerne mal auf unsere homepage gehen der höfliche minus der baustein punkte e höflich mit oe logischerweise und stadt der zukunft ist ein extra reiter klickt da mal rein schaut euch mal an und dann könnt ihr euch zu von folge zu folge durchklicken und da passt auch das nächste leihthema ganz ganz gut ganz gut dazu ressourcen und recycling weil da haben wir nämlich auch mit der firma holz siem drüber gesprochen in dem in der reihe stadt der zukunft da gehört natürlich auch das thema kreislaufwirtschaft zu cradle to cradle so richtig ja natürlich haben wir noch viel mehr aber das sind so die themen die gleich sind mit den themen dies dort auf der messe geben wird und da sind wir natürlich gespannt was es noch zusätzlich dazu gibt und da werden wir euch dann informieren und werden noch mal eine extra folge machen wer weiß vielleicht greifen wir noch jemand auf der messe ab der mit uns vielleicht mal eine podcast folge gemeinsam macht die sind ja auf allen social media kanälen vertreten aber was schönes im podcast noch nicht und vielleicht ist es was wo wir wo wir dann ja einsteigen also freuen uns auf jeden fall am montag ganz früh geht's los ich weck dich kannst aber noch schlafen ich war und dann haben wir schon mal als wir im urlaub waren hast du auch gesagt du fährst das stimmt nach zehn minuten gesagt du kannst nicht mehr das bleibt unser geheimnis so kann man dir vertrauen aber wer unsere folge heute freitag den 14 april hört und auch auf der baumesse ist am montag den 17 melde dich bei uns da können wir uns ja gerne mal auf einen kaffee treffen aber wenn wir vielleicht dann doch eine cola trinken seine böse wenn sich dann fünf leute vielleicht melden und wir trinken fünf kaffee vorbei aber meldet euch wir würden uns echt freuen dann tun wir uns einfach kurz schließen und treffen uns ja schon ein bisschen miteinander ansonsten danke fürs zuhören und so kurz war die folge doch gar nicht bis bald bis montag tschau